Grüezi miteinander. Der Schweizer Bundesstaat ist schon über 170 Jahre alt. Durch der Gründung ging ein kurzer Bürgerkrieg voraus. Der Sonderbundskrieg von 1847. Die letzte kriegerische Auseinandersetzung auf Schweizer Boden. Wer als Nicht-Schweizer noch nie davon gehört hat, keine Sorge. Auch die meisten Schweizerinnen und Schweizer wissen nur selten mehr, als dass es so einen Sonderbundskrieg gegeben hat. Warum dieser Sonderbundskrieg aber kaum ein Thema ist, noch weniger in kollektivem Bewusstsein verankert, das hat eigentlich nachvollziehbare, aber positive Gründe. Schauen wir es uns also an. Um den Sonderbundskrieg zu erklären, müssen wir ein wenig in der Geschichte zurück. Vor etwa 150 Millionen Jahren lag auf dem Gebiet der heutigen Schweiz... Nein, Moment, so weit dann doch nicht. Ja, das sieht schon besser aus. 1798 wurde die Helvetische Republik nach französischem zentralistischem Vorbild ausgerufen. Bereits 1803, also nur fünf Jahre später, wurde diese durch innere Konflikte wieder aufgelöst. Anschliessend folgte die Mediation, also die Schlichtung, die Vermittlung zwischen den verschiedenen Konfliktparteien und dem langsamen Vorbereiten der Schweizer Kantone zu einem Staatenbund. Am Wiener Kongress wurden unter anderem die Neutralität und die Grenzen der Schweiz anerkannt und ab 1815 begann jene Zeit, die für das Verständnis für den kurzen Bürgerkrieg in der Schweiz notwendig ist. Die Schweiz war ein Staatenbund, ein Bund aus verschiedenen Kantonen. Und diese Verschiedenheit der Kantone führte zwangsläufig zu politischem Zündstoff. Auf der einen Seite waren die überwiegend protestantischen Kantone liberal-radikal, die überwiegend katholischen Kantone eher konservativ. Jetzt darf und muss man die Konflikte aber nicht als katholisch gegen reformiert fehlinterpretieren, denn die Konfession spielte für sich betrachtet nur eine untergeordnete Rolle. Denn auch katholische Kantone wie St. Gallen oder Solothurn waren letzten Endes Teil der liberal-radikalen Kantone. Die christliche Konfession spielte dahingehend eine Rolle, dass man sich zwischen konservativen und liberalen Kantonen nicht einig war, welche Rolle die Kirche im Staat einnehmen soll und darf. Ebenso unterschiedlich waren die Auffassungen, wie der gemeinsame Staatenbund weiterentwickelt werden sollte. Die konservativen Kantone beharrten auf den Staatenbund, auf die Autonomie der einzelnen Kantone, also dass der Bundesvertrag von 1815 eingehalten wird. Die eher liberal-radikalen Kräfte strebten aber bereits seit Längerem einen Zusammenschluss aller Kantone zu einem Bundesstaat an. Und in dieser politischen Gemengelage formten sich zwischen 1815 und 1847 verschiedene Sonderbündnisse einzelner Kantone, die ihre Interessen bedroht sahen und sich vor dem Einfluss der anderen Kantone schützen wollten. 1832 gründeten zum Beispiel sieben liberal-radikale Kantone Ein Affront für die katholisch-konservativen Kantone. Doch damit nicht genug. Zu Beginn der 1840er Jahre wurden sämtliche Klöster aufgehoben und geschlossen. Und der Kanton Aargau ging rigoros vor. Nonnen mussten innerhalb von knapp einer Woche aus den Klöstern ausziehen, Ordensleute mussten innerhalb von 48 Stunden sogar den Kanton verlassen. Die katholisch-konservativen Kantone planten daher ein engeres Zusammenrücken, um ihre Interessen besser vertreten zu können. Eine weitere Eskalationsstufe wurde erreicht, als das konservative Luzern den Jesuitenorden an die höheren Schulen berufen hat. Auf diese Jesuitenberufung folgten wiederum Umsturzversuche liberal-radikaler Freischaren. Und exakt auf diese konfessionelle Eskalation, die mit dem Aargauer-Klosterstreit zu Beginn der 1840er begann, schlossen sich einige der katholischen Kantone 1845 zu einem Sonderbund, einer sogenannten Schutzvereinigung, zusammen. Deswegen auch der Sonderbundskrieg. Und dieser Sonderbund versties mit seinen umfangreichen Vollmachten des Kriegsrates gegen den Bundesvertrag von 1815. Zu diesem Sonderbund gehörten die Kantone Freiburg, Wallis, Uri, Obwalden und Nidwalden, Luzern, Zug und der Kanton Schwyz. Als es den liberal-radikalen Kantonen in den Folgejahren nicht gelang, den Sonderbund aufzulösen, wie es schon mit vormaligen Bünden geschehen ist, mobilisierten sie Ende Oktober 1847 ihre Truppen. Ausgelöst wurde der Bürgerkrieg aber erst am 3. November 1847, als Truppen des Sonderbundes gegen den Kanton Tessin das Feuer eröffneten. Und nun der Sonderbundskrieg ist entfacht, kommen wir zu jenem grossen Schweizer Helden, dem wir rückblickend so vieles zu verdanken haben und der der Grund ist, weshalb dieser Bürgerkrieg heute nur mehr in historischen Randnotizen im Kollektivbewusstsein der Schweizer verankert ist. General Henri Dufour, Kommandant der eidgenössischen Truppen, also all jener Kantone, die nicht zum Sonderbund gehörten. Übrigens als Anmerkung, die Kantone Neuenburg und Appenzell-Innerroden erklärten ihre Neutralität. Der Kanton Basel-Stadt ebenfalls, aber die Basler haben ihre Truppen dem eidgenössischen Kommando unterstellt. Zurück aber zu Dufour und weshalb wir ihm zu Dank verpflichtet sind. Dieser Sonderbundskrieg, diese letzte kriegerische Auseinandersetzung auf Schweizer Boden, dauerte nicht einmal einen Monat und obwohl mehrere Städte eingenommen wurden, sind lediglich 100 bis 150 Soldaten gefallen. Warum? General Henri Dufour hat von Beginn an betont, dass sie nicht gegen Feinde aufmarschieren, sondern gegen Brüder des eigenen Landes. Die Städte sollten so unblutig und friedlich wie möglich erobert werden. Die Stadt Freiburg beispielsweise ließ er geschickt umstellen und statt loszuschießen, arrangierte er ein Treffen mit den Freiburger Verantwortlichen und appellierte erfolgreich an ihre Vernunft. Der Kanton Zug unterschrieb anschliessend gleich freiwillig eine Kapitulationsurkunde und nachdem auch Luzern verhältnismässig schnell und unblutig erobert wurde, war der Sonderbund geschlagen. In knapp vier Wochen mehrere Städte erfolgreich eingenommen, mit weniger als 150 Toten auf beiden Seiten. Und Henri Dufour war für diesen Kurs alles andere als unumstritten. Viele hielten ihn zu Beginn für zu weich, für zu wenig entschlossen. Doch seine Grundhaltung, die er auch in der Armee in einer Proklamation zu Beginn des Sonderbundskrieges präsentierte, bewahrheitete sich. Soldaten, wir müssen aus diesem Kampf nicht nur siegreich, sondern auch ohne Vorwürfe hervorgehen. Man muss von euch sagen, sie haben tapfer gekämpft, wenn es notwendig war, aber sie waren überall menschlich und grosszügig. Und genau hier liegt der Kern, weshalb dieser Sonderbundskrieg keine tiefen Narben hinterließ, keine gespaltene Nation. Heute wissen die meisten Schweizerinnen und Schweizer ja nicht einmal mehr, ob ihr Heimatkanton zum Sonderbund gehörte oder nicht. Es wurden keine unüberwindbaren Gräben ausgehoben, keine Jahrhunderte währenden Feindseligkeiten. Und das dank eines mutigen Generals, der trotz einiger Widerstände einen Krieg so führte, dass es möglich war, später als geeinte Schweiz ein Bundesstaat zu werden. Und das geschah auch kurze Zeit später. Mit der Bundesverfassung vom 12. September 1848 wurde aus dem Staatenbund mit all seinen verschiedenen Konfessionen und politischen Überzeugungen ein Bundesstaat, eine schweizerische Eidgenossenschaft. Und alle Kantone gleichberechtigt, egal ob Sonderbund, Neutral oder unter dem Kommando von Dufour. Und das ist auch der Grund, weshalb viele diesen kurzen, unblutigen Bürgerkrieg kaum noch kennen. Er war so kurz, so unblutig und mit einem so versöhnlichen Anschluss, dass er schnell in Vergessenheit geriet und vor allem schnell vergessen wird, dass es auch ganz anders hätte laufen können. Man tausche nur wenige Persönlichkeiten in dieser Geschichte aus und es wären Verletzungen entstanden, die wir noch bis heute spüren würden. Auch wenn wir zu oft vergessen, zu welchem Dank wir Dufour eigentlich verpflichtet sind, so kennt wenigstens wirklich jeder Schweizer seinen Namen. Denn der höchste Berg der Schweiz, der heisst nicht umsonst Dufour-Spitze. Und genau wie der General damals, blickt der Berg als Dach dieses Landes auf eine Nation hinab, die es vermutlich in dieser Form und mit diesem Zusammenhalt ohne ihn gar nicht geben würde. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und in dieser politischen Gemengelage Und in dieser politischen Gemengelage Und in dieser politischen Gemengelage formen sie inzwischen und in dieser politischen Gemengelage